Heute ist es wieder soweit. Das Lloyds Gewinnspiel Fotoshooting findet statt. In die wievielte Runde geht es denn? Wir sind heute beim sechsten Lloyds Fotoshooting Gewinnspiel. Angenommen, ich würde nächstes Jahr mitmachen wollen. Welche Kriterien muss ich denn erfüllen? Ja, rechtzeitig auf Voll.at schauen. Wir machen nächstes Jahr sicher wieder das siebte Lloyds Fotoshooting Gewinnspiel. Aufgrund vom großen Erfolg von diesem Jahr. Und rechtzeitig auf Voll.at schauen, Armeerler, Fotoischicker und sie ist mal dabei. Ab wann gibt es den Lloyds Fotoshootkalender zu bewundern? Die Bilder werden im neuen Katalog 2012 noch präsentiert. Der wird erscheinen irgendwo mal Anfang bis Mitte Januar 2012. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Gibt es zum Traumwetter auch eine Traumlocation? Ja, wir haben uns dieses Jahr für die Remise in Pragatz entschieden. Das Skaterpark passt super zu jungen Lloyds, zu Vespas und zu Mopeds. Und darum das mal die Remise in Pragatz. Es hat erneut ein Pärchen gewonnen. Von wem werden sie denn eingekleidet und umgestylt? Ja, wir haben uns um 14 Uhr getroffen. Wir waren beim Haarkult in Bregenz. Da hat die Jessica das lässige Styling gemacht. Dann sind wir wieder gefahren zu der Pipeline nach Bregenz. Da haben wir coole Klamotten gesucht. Ja, und jetzt sind wir bei der Remise da, wo der Markus Gmeiner, der Fotograf, hoffentlich lässige Fotos schießt. Ja, wir haben uns da immer wieder gefahren.